Hallo, das ist Jill. Ich bin Marco. Wir machen beide die Lehre als Polymechaniker bei Baumann Federn AG in Ermenschmiel. Wir zeigen dir jetzt, was wir machen. Tätigkeiten als Polymechaniker sind Bohren, Drehen und Fräsen und bei uns speziell auch noch Federn machen. Im ersten und zweiten Lehrjahr lernen wir Grundlagen in der Mechanik, wie man Bankarbeiter macht, beispielsweise Feilen und Sägen. Und dann lernt man Bohren, Drehen und Fräsen an der Maschine. Im dritten und vierten Lehrjahr können wir die Abteilung wählen, wo wir arbeiten wollen. Dort haben wir die Möglichkeit, Federn herzustellen. Speziell am Standort der Schweiz ist, dass wir bei uns Maschinen herstellen und die dann nachher in die anderen Länder verschicken. Das Besondere an unserem Beruf ist, dass wir sehr genau arbeiten müssen. Bei uns muss die Qualität wirklich immer perfekt sein. Freude am Arbeiten macht man, dass man nach der Arbeit sehen kann, was man eigentlich aus einem Block Metall machen konnte. Gut an der Firma finde ich, dass im Team alle hilfsbereit sind und dass wir uns untereinander gut verstehen. Die Lehre empfehlen würde ich jemandem, der Freude an der Mechanik und technischen Zusammenhänge hat und gerne mit der Händschaft. Wenn dir der Einblick gefallen hat, behöre dich jetzt als Polymecht bei Baumann. Bis zum nächsten Mal. fürs